5 krasse Zaubertricks, für die ihr nichts weiter braucht als ein Gummiband. Und das war's. Und für den ersten Trick braucht ihr außerdem noch irgendeinen Stift, den habt ihr auf jeden Fall zu Hause. Das heutige Video ist gesponsert von Noom, dazu später mehr Infos. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Trick Nummer 1. Für Trick Nummer 1 brauchen wir wie gesagt nur ein Gummiband und wir brauchen einen Stift. Und jetzt passiert die Magie, gut aufpassen. Das Gummiband durchdringt den Stift. Und wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir schnappen uns das Gummiband und legen es so über unseren linken Mittel- und Ringfinger. Jetzt kommt mein rechter Ringfinger und greift von hinten das Gummiband, sodass ich es hier zwischen diesen Fingern ziehen kann. In dieser Position kommt jetzt mein rechter Daumen zwischen die beiden Stränge des Gummibandes. Greife ich mit dem Daumen zwischen, ziehe den oberen Strang hoch, indem ich mein rechtes Handgelenk einfach drehe. Und mein rechter Mittelfinger schnappt jetzt diesen oberen Strang hier und zieht ihn wiederum runter. Und dadurch bin ich in dieser Position hier. Ich mache es einmal nochmal langsam vor, ihr könnt direkt mitmachen. Hier ist das Gummiband. Mein Ringfinger schnappt sich das Ganze von hinten. Mein Daumen kommt von vorne dazwischen, zieht den oberen Strang hoch. Mein Mittelfinger schnappt sich aber hier den Strang und zieht das Ganze hier wieder ein. Und das ist meine Startposition. Und von vorne betrachtet, durch diese Kamera, sähe das Ganze dann so aus. Zack. Man sieht zwar hier, wie ich es aufwickele, aber sobald ich in Position bin, sieht man nichts mehr an meiner rechten Hand von dieser Konstruktion hier. Es sieht einfach aus, als wäre das Gummiband zwischen meinen Händen aufgespannt. Wichtig ist, durch diese vordere Ansicht, wichtig ist, dass wir nicht hier die Schlaufe am Daumen flashen. Der Zuschauer darf das nicht sehen. Und wir dürfen keine Lücken zwischen unseren Fingern lassen, denn sonst sieht der Zuschauer hier auch das Gummiband, wie es nach oben führt. Das alles muss versteckt sein. Es muss so aussehen für den Zuschauer hier. In dieser Position angekommen, greife ich jetzt mit meinem linken Zeigefinger und Daumen hier die Kappe des Stiftes und lege die Rückseite des Stiftes an meinen rechten Daumen. Und balanciere den Stift jetzt so zwischen Zeigefinger und Daumen. Ich lege den Stift hier an das Gummiband an, reibe ihn vielleicht etwas hin und her. Und wenn ich jetzt meinen Mittelfinger loslöse, gut aufpassen, wenn ich meinen Mittelfinger löse, springt das Gummiband auf den Stift drauf. Ich mache es noch einmal vor. Mein Ringfinger hat das hier gegriffen. Mit Daumen und Mittelfinger hatte ich diese Position eingenommen. Ich lege den Stift hier rauf und wenn ich jetzt den Mittelfinger löse, springt das Gummiband auf den Stift. Von der Vorderansicht betrachtet, wenn ihr jetzt beispielsweise vom Spiegel übt oder ihr filmt euch dabei, achtet wirklich auf eure Winkel. Achtet darauf, wann sieht man hier den Gummistrang auf dem Daumen. Wie muss ich das halten, damit das Gummiband clean auf den Stift springt und nicht schrittweise. Denn wenn ich zu sehr den Daumen, ich zeige es nochmal aus der Ego-Perspektive, wenn ich den Daumen zu sehr nach unten nehme, ja, um ihn unbedingt zu verstecken und dann den Mittelfinger löse, dann kann es passieren, dass das so stufenweise passiert. Moment. Moment. Genau. So, ja. Das darf nicht passieren, sondern es muss wirklich ganz clean, zack, einfach passieren. Wichtiger Tipp noch, in der Vorderansicht seht ihr ja, ihr habt das auch in meiner Performance-Safe gesehen. Ihr habt gesehen, wie ich das Handgelenk hier eingedreht habe. Ihr habt gesehen, wie ich das Ganze schnell vorbereitet habe. Das liegt daran, dass ich eine Kamera nicht ablenken kann. Außer ich schneide natürlich Teile meiner Performance weg. Aber, wenn ich es wirklich komplett clean uncut haben will, dann seht ihr das leider. Im echten Leben ist das weniger ein Problem, wenn ihr das wirklich einem echten Zuschauer vorführt. Denn ihr schaut ihm in die Augen, leitet den Trick schon mal ein. In der Zeit geht ihr, ihr seht ja, wie schnell das geht, ja, zack und dann bin ich in Position. In der Zeit gehe ich schnell in Position und lenke jetzt erst die Aufmerksamkeit auf das Gummiband. Und jetzt sieht alles clean aus. Ich greife nach dem Stift, zack, gehe in diese Position und hänge. Okay, das war Trick Nummer 1. Wenn euch der Trick jetzt schon gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Das ist für euch nur ein Klick, aber für mich ist das ein Mega-Support. Danke euch. Für Trick Nummer 2 braucht ihr zwei Gummibänder, die ihr so in dieser unmöglichen Position ineinander einhakt. Jetzt ist es unmöglich, dass sie sich durchdringen. Außer an einer Stelle würden sich die Atome vom Eingummiband dematerialisieren. Dadurch bildet sich eine Lücke und sie durchdringen einander. Und das versuche ich jetzt einfach mal. Ja, also ich dematerialisiere an einer Stelle die Atome vom Einen Gummiband. Da bin ich, glaube ich, einen Schritt zu weit gegangen mit dem dematerialisieren. Wollt ihr das lernen? Spaß, Leute! Ich habe euch doch versprochen, am Anfang des Videos, ihr braucht heute nur ein einziges Gummiband. Und ich habe nicht geflunkert. Das Ganze funktioniert nämlich folgendermaßen. Ihr schnappt euch das eine Gummiband und jetzt wird es etwas kompliziert. Zwischen Daumen und Mittelfinger spanne ich das Gummiband in der rechten Hand jetzt erstmal auf. Mit meiner linken Hand, ebenfalls mit Daumen und Mittelfinger, bewege ich mich jetzt zwischen die beiden Stränge vom Gummiband mit dem Mittelfinger Richtung Daumen. Seht ihr das? Mein linker Mittelfinger guckt zum rechten Daumen und mein Daumen zum Mittelfinger. Ich greife mir jetzt hier den inneren Strang, der zu mir zeigt, öffne Daumen und Mittelfinger der linken Hand und drehe sie so ein, dass ich hier in dieser Position bin. Kriegt ihr das hin, könnt ihr mir folgen. Wenn ihr jetzt nämlich in dieser Position seid, ihr schnappt euch hier den Strang, zack, in dieser Position sähe es ja jetzt schon so aus, als wären es zwei Gummibänder, die so ineinander verhakt sind. Aber damit wir wirklich die auch noch so auseinanderziehen können und es authentisch aussieht, kommt jetzt ein etwas komplizierter Move. Gut aufpassen, ich versuche es euch möglichst verständlich zu erklären. Jetzt rotiere ich meine Handgelenke so umeinander, dass mein linker Daumen jetzt von meinem rechten Ringfinger kontaktiert werden kann. Seht ihr das? Ich fange nochmal bei ganz Null an. Ich war hier, Mittelfinger und Daumen. Zack, ich bewege die aufeinander zu und rotiere jetzt meine Handgelenke so, dass mein linker Daumen vom rechten Ringfinger touchiert wird. Jetzt greife ich mit meinem Ringfinger, nämlich die Schlaufe vom Daumen, ja, ich halte sie kurz fest, der Daumen lässt los. Jetzt bewege ich meinen Daumen hier vorne rum zwischen meiner rechten Hand und den Gummibändern hier, greife ich jetzt genau den Strang vom Ringfinger hier und übergebe ihn vom Ringfinger zurück an den Daumen. Und jetzt bin ich in dieser Position hier, wo ich die so auseinanderziehen kann. Seht ihr das? Ich weiß, das war kompliziert, ich mache es direkt nochmal, falls ihr nicht mitgekommen seid. Also, Startposition, zack, die Hände aufeinander zu bewegen. Jetzt wäre ich schon in diesem Griff hier. Ich übernehme die Schlaufe vom linken Daumen mit dem rechten Ringfinger, so von vorne, halte die kurz fest, gehe mit dem Daumen jetzt hier vorne wieder in die Schlaufe, die der Ringfinger hält, zack, und gebe sie zurück an den linken Daumen. Okay? Und jetzt habe ich hier so, allem Anschein nach, ich mache mal Anführungszeichen, zwei Gummibänder, die ineinander eingehakt sind. Tatsächlich ist das ja logischerweise nur ein Gummiband. Jetzt kann ich nämlich die beiden linken Schlaufen lösen, zack, und sie so rollen und rollen und rollen und nach und nach verschwindet das zweite Gummiband. Exakt so. Genau, Pino. Das wird euch, denke ich, sowieso nochmal wesentlich einfacher fallen als mir mit meinen Wurstfingern. Ich habe ja über den Winter wieder ein paar Kilo zugenommen, wie ihr seht. Also logischerweise auch meine Finger etwas dicker geworden deswegen. Aber das ist bald schon wieder ein Problem der Vergangenheit, denn ich bekomme gerade wieder meine Ernährung und mein Leben in den Griff. Ihr wisst, ich brauchte immer so ein paar Tritte in den Hintern. Ich hatte ja eine Zeit lang einen Personal Trainer, habe trotz Verletzungen und Krankheiten es geschafft, einiges an Kilos zu verlieren. Jetzt über den Winter habe ich mich wieder ziemlich gehen lassen und mir ganz schön schlechte Essgewohnheiten angewöhnt. Aber, um das ein für alle Mal in den Griff zu kriegen, hilft mir ein ganz besonderer Partner, den ich euch gerne vorstellen möchte. Der Sponsor des heutigen Videos, Noom. Noom ist eine digitale Gesundheitsplattform, die dir dabei hilft, einen gesünderen Lebensstil zu etablieren und deine Ziele und Abnehmziele zu erreichen. Dabei zeichnet sich Noom durch einen einzigartigen psychologischen Ansatz aus, Denn Noom findet mit dir gemeinsam heraus, was deine Trigger sind, warum du so isst, wie du isst und wie du dir gesündere Gewohnheiten in dein Leben einbinden kannst. Dabei passt es aber absolut gut in den Alltag. Ich zeige euch, was ich meine. Ihr geht auf noom.com slash Matthias Berger. Genau das hier ist mein Link. Ich verlinke ihn auch ganz oben in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und dann füllt ihr erstmal einen Fragebogen aus. Das sind super viele Fragen, die mega spezifisch sind. Sowas habe ich noch nie gesehen. Dann bekommt ihr eine Auswertung. Passend dazu installiert ihr euch die Noom-App auf dem Handy. Da kommt nämlich mein persönliches Highlight ins Spiel. Man bekommt tägliche Lektionen, die einen jeden Tag weiterbringen und schlauer machen. Wissenschaftliche Artikel, Motivation vom Coach und so weiter und so weiter. Die Lektionen gehen dabei ziemlich schnell. Ich mache die morgens immer beim Kaffeetrinken. Außerdem kann man ganz bequem seine Mahlzeiten tracken. Und, das hat mich völlig überrascht, es gibt eine riesige Menge an super leckeren Rezepten, die man ganz einfach auswählen kann. Die Nährwerte stehen dabei. Super einfach und super lecker. Ich habe nun jetzt knapp zwei Wochen getestet und habe schon mein erstes Kilo runter. Was genau das Tempo ist, das perfekt zu mir passt. So 0,5 bis 1 Kilo pro Woche. Das ist ein gesundes, moderates Ziel. Ihr könnt es aber auf euch zuschneiden und eure Ziele so hoch oder niedrig ansetzen, wie ihr das gerne möchtet. Leute, probiert es einfach selbst aus. Geht auf noom.com slash Matthias Berger und ändert euren Lebensstil mit Noom. Dankeschön für die liebe Zusammenarbeit. Und jetzt kommen wir zu Trick Nummer 3. Trick Nummer 3 habe ich euch vor sechs oder sieben Jahren schon mal erklärt. Also die ganz alten Hasen kennen das schon. Für alle, die es noch nicht kennen, hier rum geht's. Wenn wir das Gummiband doppelt und dreifach um unseren Daumen wickeln, dann ist es ja eigentlich unmöglich, dass es den Daumen einfach so durchdringt. Oder nicht? Eine wunderschöne Illusion, die ich euch wie gesagt schon vorgestellt habe vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren. Aber ich erkläre es euch in diesem Video natürlich gerne noch einmal in Ego-Perspektive. Also, wir starten damit, dass wir das Gummiband mit unseren rechten vier Fingern, Daumenzeigemittel und Ringfinger, so aufspannen. Hier befindet sich jetzt der Hauptstrang. Hier passiert jetzt die Magie. Mein linker Daumen kommt jetzt von unten. Das ist ganz wichtig. Der kommt von unten, kontaktiert den Strang. Jetzt rotiere ich meine linke Hand hier rüber und ich kontaktiere mit meinem linken Mittelfinger diesen Strang, der jetzt zwischen beiden Daumen entsteht. Ich komme mit dem Daumen von unten. Hier entsteht jetzt ein Strang. Den greife ich jetzt so von oben mit dem Mittelfinger, ziehe diesen Strang ein und jetzt drehe ich den Daumen in diese große Schlaufe hier rein. Seht ihr das? Hier kommt jetzt mein Daumen hin. Mein Mittelfinger hält hier diese Schlaufe von unten und ich lasse jetzt mit meinem Mittelfinger los, während ich hier aber viel Spannung auf den Daumen bringe. Na gut, das war jetzt zu wenig Spannung. Dadurch hat es den Daumen sofort durchdrungen. Also noch einmal. Mein Daumen greift von unten das Gummiband. Zack. Mein Mittelfinger kontaktiert diesen Strang zwischen den Daumen, zieht hier eine Schlaufe. Ich lege jetzt meine linken Daumen auf diese ganze Gummikonstrukt hier, auf diese ganze Schlaufe drauf. Ich ziehe mit der rechten Hand nach oben, bilde dadurch Spannung, während ich den Mittelfinger loslasse und dadurch klemme ich hier diese kleine Schlaufe an meinem Daumen ein. Seht ihr das? Moment, ich gehe nochmal in diese Position. Diese Schlaufe klemme ich jetzt hier hinter meinem Daumen ein. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe ja. Wenn ich jetzt nämlich meine rechte Hand auf den Daumen zubewege und dadurch das Gummiband locker, dann kann diese Schlaufe hier entweichen und das Gummiband löst sich vom Daumen. Der Daumen greift hier von unten, der Mittelfinger greift das, zieht eine Schlaufe, der Daumen legt hier hin. Ich ziehe mit der rechten Hand, bilde Spannung und klemme diese Schlaufe hier unter meinem Daumen ein. Ja, also zack. Wenn ich jetzt meine rechte Hand auf den Daumen zubewege, löst sich die Schlaufe und das Gummiband durchdringt meinen Daumen. Ihr werdet das richtig gut spüren, wie stark muss ich mit der rechten Hand ziehen, um die Schlaufe zu fixieren und während ihr jetzt die Hand lockert, ab wann durchdringt das Gummiband den Daumen. Das spürt ihr richtig schön. Ihr könnt genau den Sweet Spot anvisieren und das sehr magisch performen. Da das hier natürlich eine sehr ungewöhnliche Handhaltung ist, logischerweise. Performe ich es immer gerne so, dass ich sage, ich wickele das Gummiband doppelt und dreifach um den Daumen. Das sieht so aus, als würde ich hier, wirst du irgendwie sowas machen. Als würde ich das Gummiband einfach doppelt um den Daumen wickeln. Für den Zuschauer ergibt es absolut Sinn, wenn ihr sagt, okay, ich wickele das Gummiband doppelt und dreifach um den Daumen. Eigentlich sollte es jetzt nicht möglich sein, dass es den Daumen durchdringt. Oder? So, das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Performance dafür. Trick Nummer 4 ist nicht wirklich ein Zaubertrick, sondern eher ein kleines Flourish, das ihr mit dem Gummiband machen könnt. Wenn ihr zum Beispiel Kartentricks macht, auch wenn ihr jetzt nicht wirklich Cardistry aktiv betreibt, ist es ja trotzdem cool, wenn man so ein, zwei Flourishes mit den Karten beherrscht, die halt einfach schön aussehen, ja. Das ist immer nochmal ganz cool, während man seinem Zuschauer ein paar Tricks zeigt, wenn man sowas beherrscht. Und da habe ich ein Flourish für euch, das ihr mit dem Gummiband machen könnt. Und zwar kommt ihr von unten mit eurem rechten Zeigefinger in das Gummiband. Jetzt dreht ihr das Gummiband einmal halb ein. In diese Schlaufe kommt der Mittelfinger. Und ihr seht, hier bildet das Gummiband jetzt so ein X. Und mit dem Daumen, mit meinem rechten Daumen, komme ich jetzt hier von unten und ziehe genau hier das ganze Gummiband nach vorne. Wenn ich jetzt meine Mittelfinger löse, passiert das hier, das Gummiband, die ihm da mal ein anderes führt, das etwas mehr Spannung hat. Zack, das kommt um den Zeigefinger. Ich drehe es einmal halb ein. Da kommt der Mittelfinger rein. Mit dem Daumen ziehe ich das ganze Konstrukt nach hinten, also zu mir. Wenn ich jetzt den Mittelfinger löse, dann dreht sich das Ganze. Seht ihr das? Ist eigentlich eine ganz coole Spielerei und macht auch so ein bisschen süchtig. Nur, wenn ich das jetzt hier in die Kamera mache, muss ich den Finger seitlich halten. Dann springt mir das Gummiband, wie ihr gerade die ganze Zeit seht, leider weg. Ihr müsst das schon nach oben halten, den Finger. Ich kann es euch aber gerne mal in der Hauptkamera zeigen. Ich löse den Mittelfinger und dann dreht sich das Gummiband so um meinen Zeigefinger herum. Ist ganz cool. Macht ein bisschen süchtig irgendwie. Einfach hier einmal lala, den Daumen und uuuh. Ja, irgendwie ist das cool. Am coolsten funktioniert es, finde ich, wenn ihr das hier auf der Höhe macht, also vom ersten Knöchel vom Zeigefinger, genau da vorne. Wenn ihr da auf der Höhe das Gummiband aufwickelt. Da funktioniert es meiner Meinung nach am schönsten. Aber ihr könnt ja mit verschiedenen Positionen probieren. Ihr könnt es auch mal ganz unten ausprobieren, einfach um zu vergleichen, wie sieht es dann aus. Da dreht es sich nicht gut, weil die Finger im Weg sind. Deswegen mache ich das immer relativ weit oben, Richtung Spitze, denn da sind die anderen Finger nicht im Weg und das Gummiband dreht schön durch. Okay, das wollte ich einfach mal erklären. Kommen wir zum letzten Trick, Trick Nummer 5. Beim letzten Trick für heute geht es nämlich um das hier. Gut aufpassen. Und wie ihr das Ganze nachmachen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Wir starten in dieser Position. Wir legen das Gummiband so über den Mittelfinger und zwar ziehen wir es mit Spannung nach ganz unten in diese Kuhle hier vom Mittelfinger. Jetzt schließe ich meine Finger komplett und lege es über Zeige und Mittelfinger von hinten wieder vorne rum. Das heißt, wenn ich jetzt die nicht zusammendrücken würde, die Finger, sondern ich lasse es jetzt mal ganz locker. Ja, dann habe ich es jetzt vom Mittelfinger auf den Zeigefinger gebracht. Ergibt ja auch Sinn. Aber ich bringe Spannung auf meine Finger. Ich drücke die Finger zusammen und dadurch, wenn ich das Gummiband jetzt hier nach vorne ziehe, bleibt es in Position. Ihr seht jetzt hier zwei Schlaufen an meinem Mittelfinger. Wenn ich jetzt aber meine Finger etwas schließe, ja, etwas krümme, dann entsteht, wie ihr seht hier am Mittelfinger, es entsteht da so eine Kuhle. Und in dieser Kuhle verschwindet jetzt das Gummiband. Man sieht es nicht mehr. Vor allem, wenn wir das jetzt noch viel weiter nach unten ziehen, so dass der Strang hier den hinteren Strang, der schon da ist, überdeckt. Spätestens dann erkennt der Zuschauer nichts von unserer vorherigen Konstruktion. Wenn wir jetzt zwischen Mittelfinger und Ringfinger das Ganze etwas lockern, während wir hier von oben am Gummiband ziehen, dann können wir ganz langsam, gut, so passiert das anfangs erst mal. Anfangs springt es sehr schnell von Mittelfinger auf den Zeigefinger. Ihr wollt aber nicht, dass es einfach, zack, und dann springt es rüber. Ah, das war jetzt schon wieder zu gut. Ihr wollt nicht, dass es einfach so rüber springt, sondern ihr wollt, ja, dass man ganz optisch, ganz visuell sieht, wie das durch den Mittelfinger durchmorph. Und dazu lockert ihr den Ringfinger etwas. Mir hilft es immer, wenn ich den etwas nach hinten lege. Ja, wenn ich den Ringfinger etwas nach hinten verschiebe und ihn dann wieder nach vorne bringe. Also, zack, das ist die Position. Ich komme hier nach vorne. Und jetzt, mein Ringfinger geht etwas nach hinten. Ich lockere ihn minimal und sobald das Gummiband anfängt, sich zu bewegen, bringe ich den Ringfinger wieder nach vorne, sonst rutscht es zu schnell über den Mittelfinger zum Zeigefinger. Also, etwas den Ringfinger lösen und ihn dann wieder nach vorne bringen. Genauso. Das müsst ihr auf jeden Fall ausgiebig üben und ganz genau gucken, in welchem Winkel müsst ihr welchen Finger halten, damit es schön smooth passiert und nicht einfach von einer Sekunde auf die andere. Ihr wollt das schön durch eure Mittelfinger durchziehen, ja. Das macht die Magie aus, ja. Magisch sieht es nicht aus, wenn ihr sowas hier macht. Das ist nicht magisch. Magisch ist das hier, ja. Wenn es den Finger langsam durchdringt, wie ihr seht. Ah, genau. So. Funktioniert Trick 5. Das waren 5 richtig coole und super einfache Zaubertricks mit Gummibändern. Dankeschön an Nun nochmal fürs Sponsor des Videos. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann habt ihr da nochmal ein paar richtig coole weitere Zaubertricks. Schaut euch auf jeden Fall an. Nicht mit Gummibändern, sondern mit Alltagsgegenständen. Viel Spaß dabei.